Moinsen und herzlich Willkommen zu Seven Days to Die. Es ist Mitternacht vorbei. Dach 5 und wir brauchen Eisen. So, das kann noch ein bisschen blubbern. Da hauen wir noch ein bisschen Brennstoff rein. Da wollen wir mal nicht alles verbrennen. Ich brauche noch ein bisschen was für Cobblestones. Dann können wir noch ein bisschen davon verfeuern, damit wir wieder Eisen kriegen. Na komm, so. Okay. Okay. Bauen wir das erst mal rein. So. Mach ich denn. Achso. Hä? Okay. Also, alles klar. So, jetzt habe ich, glaube ich, letztes Mal einen Denkfehler gehabt. Ich kann Eisensachen, glaube ich, noch gar nicht herstellen. Da, you can craft euren Tools. Da brauche ich Level 20, Intellect 5. Na toll. Das ist doof. Aber wie sieht es denn aus mit damit? Geht auch nicht. Ne, da brauche ich was für? Amboss. Ah, genau. So war das. Amboss, Amboss, Amboss. Wie kriege ich den Amboss? Da. Der braucht, glaube ich, ziemlich... Jo. Der braucht eine Menge Iron. Iron. Und eine Menge Klee. Klee haben wir. Genau. So war das. So. Dann müssen wir das noch abwarten. Aber wir haben ja genug Eisen, um die Dinger hier wenigstens zu reparieren. Damit wir da wenigstens inzwischen weiterkommen. So. Dann haben wir doch noch das. Da machen wir doch noch mal ein bisschen Talc von. So. So. Und die brauchen wir auch. Wasser brauchen wir eigentlich ein bisschen, ne? Und lassen wir das mal brutzeln. Der arbeitet auch noch. Ach nee. Guck mal da. So. Das reicht mir jetzt. Wir versuchen mal, ob wir eine neue herstellen können. Ob das dann damit der Fehler behoben ist, dass das dann immer weg ist. Weil das ist ja doof. Denn wenn die Bettroll nicht zu sehen ist, finden wir A. unser Häuschen nicht so schnell wieder, falls wir mal weiter weg sind. Und B. könnten hier, glaube ich, wieder Sleeper-Zombies erscheinen. Das will ich nicht unbedingt haben. Ist fertig. Ist fertig. So. Vielleicht können wir das damit ja beheben. So. Die kann man aber jetzt verlegen. So. Gut. Die sieht aus. Ja, das ist auch gleich fertig. Gut. Die sieht aus. Ja, das ist auch gleich fertig. Gut. Die sieht aus. Ja, das ist auch gleich fertig. So. So. Moment. Aufschalten. Jo. Das brauchen wir noch ein bisschen. Dann gehen wir mal ein bisschen Wasser holen. Und wir wollen wir hellen. Monschein. Das ist doch schon mal fein. Irgendwas war doch nachts, ne? War das nicht irgendwie, dass da die Zombies retten können? Haha. Ich schaue mir ja nicht, weil ich wieder aus der Puste bin. Nur ist doofan. so. Wir haben doch noch ein Steinchen. Na ja, mit den Ziffern da unten habe ich mich glaube ich auch letztes Mal vertan. Das ist jetzt so eine 1er Spitzhacke. Ist übernommen nicht schlechter als eine 6er. Also jetzt glaube ich so hier im Handling. Es ist nur, dass die schneller kaputt ist und schneller wieder repariert werden muss. Also von daher ist es auch egal. Na gut. Ja doch. Also die nächsten Punkte gehen garantiert in die Ausdauer. Das ist ja nicht auszuhalten. Oh, guck mal hin. Schon 400. Der Amber. Oh. ja nicht mehr weit. So, was wollten wir noch machen genau? Wir wollten den Aufgang nach oben und nach innen setzen. Das machen wir mal hier. Dann brauchen wir nicht mal außen rum laufen. Da kommen wir so nicht ran. Wenn wir schon mal dabei sind. Okay, das läuft. Okay. Okay. So. Guck. Da holen wir noch eine Klappe drauf. Ja. Okay. Das Ding kann dann weg. So. 700. Ja, pass mal auf. So. Das müsste doch 1000 ergeben. Was mache ich denn? Besuch. Hallo. Ach du Scheiße. Das ist ja eine ganze Horle. Und ich rede hier draußen rum. Ah. Ah. Oh. 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 Hallo. Ey, da machst du schon so eine freundliche Einladung, dass wir in die Hütte kommen. Oh. Was machen sie? Was sind wir da draußen rum? Ah. Oh. 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 Huh? W-w-w-w-wat? Er ist aber gut genug hier. Gibt's ja wohl gar nicht. So kann man auch Fenster bauen. Ist ja wohl ne Frechheit. So. Zum Glück haben wir ja vorgesorgt. So. 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 hätt' ich mir das gedacht. so. 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 Das. so. so. Das wundert mich ein bisschen. so. hallo. ah,da tut's jemand was. Moin. hier soll ja niemand daneben er nicht trifft zombie loot selten aber nice da guck anti beauty das ist schonmal gut wen haben wir denn da hallo das war's bisschen bier antibiotika das ist sehr gut wir haben doch schon schuhe weil es dann besser cold resist 3 hydris ist 2 das bei beiden gleich gut egal halt da sind wir fertig und der braucht noch drei minuten war ich denn also okay ich dachte ich hätte das abgeboren ein neuer morgen dann wollen wir mal gucken was uns der neue tag so bringt ich bedanke mich fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal